Ich hab grad so eine halbe Stunde lang immer wieder drauf geschaut. Nein, es geht mir darum, dass ich die Entfernung ungefähr habe. Aber jetzt 400 Meter? Soll ich schon los? Ja, mach. 200. Ich lenke. Ja, sorry, es muss egal. Ja, ich muss aber leider immer wieder lenken, weil sonst passiert sowas. Oh, fuck! Man, welcher? Vorsicht, Vorsicht, wenn ich hängen geblieben bin. Er ist ganz oben am Fenster, oder? Ich seh ihn nicht. Er läuft einfach überall durch. Kann ich von hinten beperren? Ich hab ihn. Geil. Okay, you are in combat. Klapp dich mal wieder ein.